Nachdem Promi Big Brother 2014 das Experiment so erfolgreich war und auch die Late-Night-Show so erfolgreich war, dicke Quote gebracht hat für Six, okay, so viele Zuschauer sind es eigentlich nicht, eigentlich ziemlich wenig, aber für diesen kleinen Spartensender, wow, fulminant. Daher hat man das Konzept, so wie es letztes Jahr war, eigentlich ganz genauso übernommen, wie es dieses Jahr war. Ja, nur mit dem Unterschied, dass jetzt nicht mehr alles so nach Müllhalde aussieht und total improvisiert und wir hatten nur 5 Euro für die Produktion. So gibt es für Sachen, die wohl eher aus dem Stehgreif entstanden, wie das Gizmorakel, direkt einen Einspieler, der sagt, oh, Gizmorakel. Oder auch die Sendung hat einen richtig schicken Trailer bzw. Einspieler bekommen. Auch fällt das Gewinnspiel wesentlich hochpreisiger aus und man muss auch sagen, beide Moderatoren sind natürlich mittlerweile wesentlich eingespielter, auch wenn sie aus meiner Sicht her dämliche Dumpfbacken sind, die bösartige Lästerer sind, sich dabei aber für etwas Besseres halten. Aber okay, sie sind unterhaltsam in gewissem Maße, meistens gehen sie mehr auf den Keks, aber an und für sich lebt die Sendung eigentlich eher von den Gästen und dass man ab und zu mal ins Haus schaltet. Bis jetzt sind ja eigentlich erst zwei Folgen gelaufen bzw. bis zu dem Punkt, wo ich jetzt hier dummes Zeug quatsche. In der ersten Folge war die High-Society-Expertin und die leider nicht teilnehmende Lofink dabei gewesen, die sich als Hausmütterchen präsentierte und so, wer es glaubt. Aber naja, war auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr unterhaltsam durch die beiden Gäste. Und die gestrige Folge, also die zweite, der Late-Night-Show, da war der fantastische FM-Stöckel. Also der Typ ist einfach lustig, also was der für Sprüche raushaut und so und der traut sich auch Sachen bei Namen zu nennen. Da ist eigentlich der Jochen eine verklemmte Schwuchtel und er ist so eine richtig schön offenherzige Schwuchtel. Man möchte schon sagen, nicht mit dem Herz auf der Zunge, sondern mit dem Schwanz auf der Zunge. Also was der da gestern rausgelassen hat, also ich musste mich mehrfach köstlichst selbst belachen. Nein, nicht selbst befriedigen. Wobei das auch, also der Stöckel, heiße Nummer. Aber okay, man muss sagen, Sendekonzept funktioniert, ist auch gut platziert von der Sendezeit, sodass Promi mich mal so immer ordentlich überziehen kann. Und ja, also ich denke mal für die Sendezeit, für den Sendeplatz, für so eine Art von Moderatoren und dies und das. Also es ist echt eine gute Sendung, wer so einen Trashgelumpen mag, beziehungsweise wer für Promi Big Brother zu haben ist, so wie ich. Und ja, ich hoffe mal, dass Promi Big Brother uns lange erhalten bleibt in dieser Konstellation, die wir haben. Gerade in puncto dieser Late Show, die eigentlich immer ganz gut ist, wenn man denn gescheite Gäste hat, was hoffentlich für dieses Jahr so bleibt. Und ja, bitte, bitte mehr davon. Ich finde eigentlich, die Sendung könnte auch noch ein bisschen länger gehen. Und ja, es ist eigentlich mal viel zu schnell vorbei. Wobei, da fällt mir gerade auf sozusagen, was mich immer stört zu sagen, die Verabschiedung ist immer eine Katastrophe. Teilweise merkt man gar nicht so, hä, ist jetzt die Sendung vorbei? Und die haben einfach so viel gequatscht und so, dass es irgendwie gar nicht richtig rüber kam, weil sie keine Sendezeit mehr hatten. Oder gehen sie jetzt nach der nächsten Werbung weiter? Daran könnte man noch ein bisschen fallen. Deswegen vielleicht auch ein bisschen mehr Sendezeit. Aber ja, ich denke mal, sozusagen eigentlich gute Sendung mit sicherlich viel Kritikpunkten. Aber ich meine, was soll man bei dem Sendeplatz, bei den Einschaltquoten da erwarten? Ich denke mal, so an sich, für sich gute Sache und schöne Ergänzungen zu Promi Big Brother. Und ja, wie schon gesagt, ich hoffe, uns bleibt das so in dem Format lange erhalten. Und vielleicht wird noch was Gescheites an der Webshow gedreht. Das ist nicht der langweiler Trosch gemacht. Aber okay, man kann nicht alles haben.